Wem sie gefällt, die Damenwelt, der muss sich auf die Füße machen. Planieren gehen, da kann man sehen, die zierlichsten und schönsten Sachen. Im kurzen Schritt, mit leichtem Tritt, sieht man die Damenwelt passieren. Das Kleid verkürzt, graziös geschwürzt, den kleinen Fuß zu produzieren. Die Blicke scheren ohne Ruh vom Röck zum Schuh, vom Schuh zum Röck. Die Röcke rauschen, froh, 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 die Füßen klappern, doch, doch, doch. Die Röcke rauschen, froh, 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 froh. Die Röcke rauschen, froh, 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 die Füßen, doch, 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 doch. Die Röcke rauschen, froh, 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 froh. Die Nase hoch, so gehen wir, und schon ertönt es, die ist sauber. Sie achtet nicht, wer immer spricht, als ahnt sie nichts von ihrem Zauber. Nicht einen Blick führt sie zurück, wenn sie umschwimmt wird von den Mängeln. Sie balanciert und travestiert, voll gerade sie mit den Durchgedrängen. Die Blicke schweren ohne Ruh, vom Rock zum Schuh, vom Schuh zum Rock, und ruck zum Schuh zum Rock. Untertitelung des ZDF, 2020